Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute geht es weiter und zwar wieder mal mit einem Praxisvideo. Ihr seht, wir machen ein bisschen mehr Praxis jetzt. Das wird hoffentlich auch so bleiben. Ich kann es natürlich nicht ganz versprechen, aber wir gehen zumindest in die Richtung. Und zwar wollen wir heute Selection Sort wieder mal in Python programmieren, denn Python ist einfach die Pseudocode-Sprache schlechthin und damit ist es auch sehr gut zu lesen, selbst wenn ihr die Sprache nicht könnt. Okay, was wir hier drum herum geschrieben haben ist folgendes. Wir generieren uns hier unten erstmal eine Liste mit insgesamt 9999 Elementen und die haben alle zufällige Zahlen von 0 bis 999. Das heißt, die haben dann 9999, also knapp 10.000 Elemente drin, die alle eine zufällige Zahl haben und wir wollen das Ding natürlich sortieren. Dann messen wir natürlich auch die Zeit, wie lange es braucht und geben sie in Sekunden aus und hier führen wir unseren Algorithmus aus. Das ist quasi das Drumherum, das wird auch in den nächsten paar Videos noch bestehen bleiben. Und ja, unser Algorithmus macht einfach folgendes wieder mal, wir haben hier eine unsortierte Liste, die soll sortiert werden. Die sortierte Liste ist allerdings aktuell selbstverständlich noch leer und naja, wir müssen natürlich hier irgendwie sagen, wie wir diese Liste sortieren. Und da wir Selection Sort programmieren, werden wir in Place sein. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich gar keine neue Liste. Das ist ein kleiner Lifehack hier, denn wir sind ja sozusagen in Place. Okay, das bedeutet, wie wir wissen, wir haben eigentlich bislang immer dieselbe Liste in der Hand gehabt. So, und was wir jetzt hier machen ist folgendes. Wir implementieren zuerst mal einen Durchlauf von, naja, diesem Elementetauschsystem, was man bei Selection Sort, was wir im letzten Video gesehen haben. Und anschließend machen wir das für die ganze große Liste, die wir da potenziell haben. Und da fangen wir dann einfach mal mit einem Index an. Das heißt, wir sagen hier, der Index, das ist erstmal, naja, unser niedrigster Index. Also, wir fangen bei Null an zu zählen, also fangen wir mit Null an. Und jetzt sagen wir, für jedes, für jeden möglichen Index, ab diesem Index, das heißt, wir fangen ab Null an, also ab I, oder Index besser gesagt, ups, Index, und ab da zählen wir hoch bis zu unserem letzten Element. Allerdings müssen wir natürlich den Index selber nicht mehr vergleichen, denn wenn wir Index mit Index tauschen, dann haben wir nichts gewonnen, ja. Und wenn da schon die kleinste Zahl steht, müssen wir sie nicht tauschen. Also sagen wir hier, wir sparen uns sozusagen einen Durchgang und fangen ein zweiter an. Und wir gehen bis zum letzten Element durch. Und das machen wir noch mit. Das heißt, wir sagen hier die Länge von unserer Unsorted-Liste. Jetzt müssen wir hier ein kleines bisschen was über die Range-Funktion wissen. Wir gehen bis dahin, aber wir gehen nicht einschließlich dahin. Das heißt, wir kriegen niemals I auf den Wert len von Unsorted-List. Also wir kriegen niemals hier den Wert 9999 raus. Sondern wir bleiben bei 9998 stehen und danach brechen wir ab. Das heißt, wir bekommen hier schon immer ein Element innerhalb der Liste. Weil 9999, Entschuldigung, ist einfach nicht mehr innerhalb der Liste. Und wir können nicht mehr darauf zugreifen, also über den Index. Deswegen, ja. Ist das so korrekt und wir gehen quasi bis zum letzten Element, aber nicht weiter. Okay. Und jetzt gucken wir ganz einfach. Naja, ist denn eigentlich innerhalb meiner unsortierten Liste, also Unsorted-List von Index, ist das Ding denn vielleicht größer als, naja, da wo ich gerade gucke, also Unsorted-List von I. Ist das Ding größer? Falls ja, haben wir offensichtlich ein neues Minimum gefunden und müssen jetzt hier offensichtlich das Ding irgendwie switchen. Das heißt, wir müssen diese beiden Elemente tauschen. Wir wollen natürlich das kleinste Element finden innerhalb unserer Liste und dann das mit dem mit 0 tauschen, also quasi an den Anfang schieben. Okay. Das heißt, wir suchen jetzt hier erstmal sozusagen unser Minimum. Und deswegen nenne ich das Ding jetzt hier auch mal Minimum-Index, ja, damit wir wissen, was damit gemeint ist, weil wir hier quasi den Index von unserem Minimum suchen. Und wenn wir das Minimum gefunden haben, naja, oder wenn wir ein neues, kleineres Element gefunden haben, naja, dann müssen wir das natürlich auch setzen. Das heißt, wir sagen hier Minimum-Index ist gleich, was könnte das wohl sein? I natürlich. So, wunderbar. Und damit finden wir, wenn wir hier unten angekommen sind, unterhalb unserer Vorschleife haben wir ein neues, kleinstes Element. Jetzt, was machen wir mit dem neuesten, kleinsten Element, beziehungsweise mit dem Index des kleinsten Elements? Naja, ganz einfach, wir switchen die beiden Elemente. Das heißt, was wir hier schreiben ist UnsortedList von, okay, jetzt müssen wir nachdenken. Wir müssen an Stelle 0, offensichtlich, müssen wir was schreiben? Naja, das neue Minimum. Also UnsortedList von Minimum-Index. Das ist ja das Minimum, was wir hier kriegen. Das muss ganz vorn hin. Und jetzt müssen wir aber gleichzeitig noch das Minimum, dieses Element, was wir hier vorher drin hatten, müssen wir rauskopieren sozusagen. Also sagen wir hier Zwischenspeicher, beziehungsweise Cache nenne ich es jetzt einfach mal, weil wir im Englischen bleiben. Wir müssen speichern, was da drin steht. Dann überschreiben wir das Ding und dann setzen wir UnsortedList von Minimum-Index auf diesen Cache. So, und damit haben wir diese beiden Elemente quasi getauscht. Ja, wir haben sie quasi geswitcht. Das, was vorher bei UnsortedList von 0 drin stand, steht jetzt offensichtlich hier drin. Denn wir haben hier in Cache reingespeichert, dass wir das da gerne drin hätten. Ja, also wir schreiben das, was da an 0 drin steht, schreiben wir in den Cache. Und den Cache schreiben wir nachher an dieses Minimum-Index. Und dazwischen sagen wir aber noch, was an 0 steht, wird überschrieben mit dem, was an Minimum-Index steht. Und damit haben wir diese beiden Elemente effektiv getauscht. Sprich, an 0 steht jetzt das kleinste Element, was wir haben. Und an Minimum-Index, naja, da steht jetzt halt das, was davor an 0 drin stand. Wir können das jetzt mal laufen lassen. Und dann sehen wir hier, das erste Element ist eine 0. Offensichtlich das kleinste Element in dieser Liste. Denn kleiner als 0 geht es nicht. Ich habe Zahlen von 0 bis 999 generieren lassen. Wunderbar. Das heißt, wir bekommen hier offensichtlich das kleinste Element. Jetzt müssen wir das noch verallgemeinern. Und zwar für jedes einzelne Listen-Element. Wie machen wir das? Nun ganz einfach. Wir wiederholen den Vorgang einfach. Und zwar fangen wir jetzt nicht mehr vorne an. Das wäre doof, weil da ist schon das kleinste. Da können wir nicht mehr tauschen. Sondern wir fangen dann bei Nummer 1 an. Dann gehen wir zu Nummer 2. Nummer 3. Und wiederholen genau das, was hier drin steht, die ganze Zeit. Und wie machen wir das? Naja, da sagen wir jetzt einfach mal for Index in Range der Länge unserer unsorteten List. Das heißt, für jeden einzelnen Index unserer nicht sortierten Liste machen wir jetzt folgendes. Wir fangen beim Index an zu gucken, ist das vielleicht mein kleinstes Element. Und dann gehen wir durch und suchen uns den tatsächlichen Index von unserem kleinsten Element. Und dann sagen wir, wir tauschen die beiden Elemente. Wir switchen das, was auf unserem Index stand. Also was vorher quasi da, wo wir angefangen haben, stand. Wir fangen halt nicht bei 0 an, sondern vielleicht bei 1, 2, 3 oder 4. Und tauschen, was da drin stand, mit dem, was wirklich das Minimum ist. So. Und damit haben wir schon automatisch das kleinste Element genommen. Und schreiben das immer an die 0. Position, an die 1. Position. Weil wir ja jetzt nicht mehr nur ein Element machen, sondern wir machen jedes einzelne Element. Und wir speichern uns quasi dieses Index, speichert uns, welches Element wir gerade behandeln. So. Und wenn wir das jetzt mal laufen lassen, sehen wir, okay, das dauert eine ganz schöne Weile erstmal. Aber, 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 wir haben offensichtlich eine Sortierung hier bekommen. Das heißt, wir sagen hier 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und dann haben wir die ganzen 1, dann haben wir die ganzen 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und wir sehen, ah, das fühlt sich irgendwie gut an, wenn wir das da so rüberscrollen. Die Zahlen werden einfach immer größer und sie werden nicht wieder kleiner. Und offensichtlich haben wir es einigermaßen richtig gemacht. So. Wenn ihr jetzt das Ganze überprüfen wollt, ob das auch wirklich funktioniert hat. Denn, ja, das Ganze durchzulesen ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Ähm, dann machen wir jetzt einfach mal folgendes. Wir printen das nicht direkt aus. Sondern wir speichern uns das in eine Liste L mit Selection Sort rein. So. Und dann printen wir L erstmal aus. Denn das wollen wir erstmal haben. Das ist jetzt quasi genau das, was wir da vorhatten. So. Und wir wollen ja natürlich auch die Zeit messen. Deswegen lassen wir das da erstmal so stehen. Und ja, jetzt gehen wir her. Und, ähm, sagen hier, okay. Wir gehen jetzt die Liste L durch. Vor I in L. Ja, also für jedes einzelne Element in dieser nun sortierten Liste. Prüfen wir, beziehungsweise eigentlich müssen wir über den Index gehen. In range von len von L. Also für jeden Index innerhalb dieser Liste prüfen wir, ist denn, wir asserten jetzt, ist denn unser Element, also L von I, ist das denn auch wirklich kleiner als L von I plus 1? Und wenn das für jedes Element gilt, oder gleich groß, das ist auch okay, wenn das für jedes Element gilt, dann haben wir offensichtlich auch eine sortierte Liste. Jetzt Achtung, wenn wir hier auf I plus 1 zugreifen, dann kommen wir irgendwann mal an die Predulie, nämlich genau dann, wenn wir das letzte Element vergleichen, dass wir aus Versehen zu viel vergleichen. Also wir gehen quasi her und sagen, ist das letzte Element kleiner als das erste Element, was nicht mehr in der Liste drin steht? Was natürlich nicht geht. Es gibt kein Element, das nicht mehr in der Liste drin steht. Also müssen wir hier minus 1 machen, damit wir nicht aus Versehen zu weit gehen. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und das dauert natürlich ein kleines bisschen. Ich pausiere euch. Und wir sehen, wir sind durchgelaufen. Wir sehen auch hier, wir sind ein bisschen schneller gewesen. Und das Programm ist nicht abgestürzt, ja. Wir haben hier offensichtlich gerade nichts gemacht. Das heißt, was wir jetzt hier erstmal kurz gucken ist, ja, warum ändert sich denn hier nichts? Und was Assert jetzt hier macht, ist folgendes. Assert würde euer Programm zum Abstürzen bringen mit einer Fehlermeldung, für den Fall, dass ihr diese Bedingung hier nicht erfüllt. Das heißt, für den Fall, dass das hier nicht gegeben ist, also für jedes Element gilt, es ist kleiner oder gleich groß als das Nachfolge-Element. Wenn das nicht gilt, dann stürzt euer Programm quasi ab, ja. Und das ist so ein kleiner Trick, den man dann machen kann. Und das ist eigentlich auch gut, wenn es nicht abstürzt, heißt das, ihr habt keinen Fehler drin. Sprich, diese Liste ist nun auch sortiert. Wunderbar, damit haben wir das eigentlich. Und, ähm, ja, nicht wundern, ich habe aus Versehen das nächste Video, was ihr bekommt, also Insertion Sort, habe ich leider vor dem Selection Sort aufgenommen. Aber ich habe zwei unterschiedliche Sachen behandelt. Natürlich erstmal die Implementierung. Und in diesem Video haben wir hier das mit dem Assert gemacht. Im nächsten Video analysieren wir ein bisschen, was es heißt, wenn man n Quadrat Laufzeit hat. Was man hier auch hat. Das könnt ihr gerne mal selber nachgucken. Aber nächstes Mal gucken wir uns das genau an. Was heißt das eigentlich, wenn wir n Quadrat haben als Laufzeit? Wenn wir die Anzahl der Elemente betrachten und die Laufzeit, die wir dann auch haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.